So, und neue Folge und so. Ich habe mir jetzt eine Klasse mit der SMG mal gemacht. Oh geil, meine Maus hat sich mal wieder abgemeldet. Was ich da genau habe, kann ich jetzt nicht mehr genauer aufzählen, wenn ich das nicht sehe. Aber ich habe das Parkour-Fit mal genommen. Boah, fick dich. Super, oben einer, unten einer. Geil. Oder noch nicht. Ah. Shit. Ah, nervig. Oh, danke. Alter, die ist aber... Ach komm, am Arsch. Die SMG ist recht zielgenau, fällt mir gerade mal so ab. Ach so, das ist kein Gegner, oder was? Hätte ich glaube ich im letzten Spiel auch schon einmal verwechselt. Oh, gefällt mir bisher ganz gut. Ja, da kann... Super, da stand mir jetzt, dass der eine Pisser da im Weg rum, oder was? Oh, ja, geil. Juh, eine Challenge geschafft. Erinnert auch sehr an Modern Warfare oder so, mit den Challenges. Fick dich. Ja, das ist da dann erstmal aufploppt und auch mit Level Up und so. Ah, das fackt Erinnerung. Oh, war ein Grunt? Ich dachte, das ist dein Gegner. Oh, egal. Ich habe ihn gekillt. Bam. Der war schon tot. Shit. 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 So, Cowboy Up, jawoll. Und draufhauen. Und die Pistole auch noch. Ist der ausgestiegen? Ja, der ist ausgestiegen. Super. Das war in der Beta noch alles ein bisschen einfacher. Da sind die nie ausgestiegen. Das war angenehm. Alter, wir können ihn aber richtig fett nehmen. Oh, der hat überlegt. Zack. Okay. Bisschen rumgelegt, oder was? Das war... So, wo ist hier... Ja... Habe ich jetzt gerade kein Bock drauf. Ich mache einfach den hier jetzt. Und kill. Ein paar. Geil. Ey. Arsch. Achso, habe ich die hier. Okay. Alter, wie viel haben die denn da? An Titans und so. Scheiße. Hat er sich einfach so in die Luft gepustet? Weil er Bock drauf hat, oder was? Am Arsch. Hier, ziehleine. Geht ihr? Nein, weg! Puh. Glück gehabt. Okay. Okay. So, nochmal schnell hier rein, um noch ein bisschen bessere Überlebenschancen zu haben. Na? Ach, scheiße. Und tschüss. Hix, eh, weg, nein, das schaffe ich nicht mehr, oder? Komm schon. Jawoll, das ist auch noch geschafft, hammergeil, ey. Und der Einzige, der noch entkommen ist hier. Was habe ich denn da zum Schluss noch alles gekillt? WTF. Aber nur vier Pilot-Kills insgesamt. 17 Minions. Nur ein Teilchen? Schlecht. Das ist echt schlecht. Ja, irgendwie haben die, gefühlsmäßig haben die da viel seit der Beta geändert. Fühlt sich zumindest an. Zwei Sachen, Burn-Cards und die Arc-Grenade, genau. Und das ist diese EMP-Granate. Ach du Scheiße, ja, nicht schlecht. Mal eben fast alle Challenges hier. Ja, die Top-Challenges. Genau, ähm. Das sind diese Burn-Cards. Kann man hier dann im Spiel einsetzen. Anti-Titan-Weapon. 40 Sekunden auf Build-Time. Ah, da kann man dann schnell mal einen Titan rufen. Ich mache hier mal schneller bewegen. Einfach habe ich in der Beta, glaube ich, nie benutzt, so wirklich. So, habe ich hier was Neues? Genau, die Arc-Grenade habe ich neu. Ich glaube, Aufsätze und sowas für die Waffen schaltet man, genau, durch Herausforderungen frei. Ja, dann beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao. Ciao.